Musik 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 Der bequemste und sicherste Ort, Rinder zu scheren, ist der Scherstand. Um ein Tier für die Versteigerung fertig zu machen, brauchen wir zwei verschiedene Schermaschinen. Einerseits die große Schermaschine, die hat zwei verschiedene Messersätze. Da gibt es den groben Messersatz, den verwendet man zum Vorscheren und dann noch den feinen Messersatz. Der wird für den Feinschliff verwendet. Die kleine Schermaschinen verwenden wir für die Feinheiten. Das heißt Firs, Schwanz, Kopf, Ohren, Hals. Und für die kleine Schermaschinen gibt es drei verschiedene Messer, die wir verwenden. Einerseits das 50er Messer für ganz feine Stellen, Euter zum Beispiel bei der Milchkuh. 30er Messer für vier Teile vom Kopf und das 10er Messer für andere Teile vom Kopf. Wir haben noch ein Schermaschinenöl, mit dem werden die Schermaschinen vor dem Gebrauch eingeölt. Und dann haben wir noch einen Schlüssel, mit dem wir die Messer bei der Schermaschine festziehen. Jetzt schauen wir uns an, wie die Messersätze auf die große Schermaschine aufmontiert werden. Zuerst nimmt man das kleinere Messer, das rostet man da ein, sodass sie sich nicht mehr hin und her bewegen kann. Dann nimmt man das größere Messer, legt es drauf bis zum Anschlag und dann zieht man die Schrauben mit dem Schraubenzieher fest. Im Anschluss macht man die Feder wieder fest bis zum Anschlag. Bevor ich zum Tier hingehe, wird die Schermaschine geölt. Und dann ist sie betriebsbereit. Bei der Schuhe eines Tieres ist es wichtig, dass man systematisch vorgeht. Wir starten hinten und bewegen uns dann von hinten nach vorne. Die Schermaschine wird in einem leichten Winkel immer gegen die Haarwuchsrichtung bewegt. Wichtig ist es, dass während dem Scheren immer eine Hand am Tier ist, sodass sie merkt, wenn es unruhig wird und ich dann sofort reagieren kann. Musik 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 Es kann natürlich auch vorkommen, dass die Schermaschine einmal nicht mehr schneidet. Musik Musik Dann kann es vielleicht daran liegen, dass die Feder nicht richtig eingestellt ist. Dann muss man ihn nachziehen. Man kann dann auch den gesamten Messersatz herunternehmen und die Schermaschine ausblasen und dann wieder rein aufsetzen. Es kann außerdem auch vielleicht daran liegen, dass der Messersatz stumpf ist. Dann kann man ihn schleifen lassen. Jetzt starten wir mit der Schuhe von den Beinen. Dazu verwenden wir die kleine Schermaschinen. Eingespannt haben wir jetzt ein Zehner-Messer und die Schermaschinen haben wir gerade geölt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man den Fuß davor mit der großen Schermaschinen vorschert und tut man sich mit der kleinen ein bisschen leichter. Ich fange unten an und bewege die Schermaschinen langsam Richtung Sprunggelenk. Bei Milchkirn, wo man die Feinheit der Fundamente besonders betonen will, kann man da auch ein feineres Messer verwenden, zum Beispiel das 30er Messer. Jetzt starten wir mit der Schuhe vom Schwanz. Dazu verwenden wir die drei verschiedenen Messer von der kleinen Schermaschine. Da haben wir einerseits das 50er Messer, was wir für ganz unten verwenden und dann werden wir nach oben hin immer länger, so dass der Übergang dann fließend verläuft. Starten tun wir. Zwei Handbreiten vom Schwanzende entfernt. Eins, zwei. Da wird dann die Hand angesetzt und dann wird einmal ein Ring rundherum gemacht. Und von dem Ring ausgehend fahren wir dann hinauf, bis der weiße Teil abgeschauen ist. Das Ziel dabei ist es, ganz einen sauberen Abschluss zu bringen. Anschließend nimmt man das nächstgrößere Zehnermesser und fährt mit dem weiter hinauf. Am Schluss hat man dann wieder das Zehnermesser eingespannt und mit dem schert man den Übergang. Weiter geht's mit der Schuhe vom Kopf. Da verwenden wir wieder die kleine Schermaschine mit dem Zehnermesser. Verwenden ist zumal sehr häufig, weil der flexibel ist und man dadurch für die verschiedenen Stellen am Kopf leichter dazu kommt. Für die Ohren verwenden wir die kleine Schermaschine. Außen wird das Zehnermesser verwendet und innen das Fünfzigermesser. ZEHER, 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 ZEHER. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nachdem wir das Ei jetzt fertig geschahen haben, ist es wichtig, dass wir es sauber machen. Dazu nehmen wir eine Küchenrolle und putzen das Ei an der Innenseite aus. Auch die Ohrmarke soll frei von Schnitt sein. Jetzt kommen wir zum Euter scheren. Das Euter ist das Herzstück einer Milchkuh und das will man dann durch die Schuhe besonders hervorheben. Und daher scheren wir es mit einem 50er-Messer. Bevor es aber losgeht, geben wir einen Haut- und Haarkonditioner rauf. Und der ist dafür da, dass das Ganze gepflegt wird und dass bei der Rasur nichts passiert. Musik Man schert aber jetzt nicht nur das Euter selber mit dem 50er-Messer, mit der kleinen Schermaschine, sondern auch die Milch-Oder und den Raum vor dem Euter. Wir sind jetzt fertig mit den Scheren und jetzt werden die losen Haare, die sich auf der Kur befinden, abgebürstet. Musik Hier befinden wir uns jetzt vor dem Versteigerungsring. Jetzt ist es wichtig, die Kur zu beruhigen und ihr zu zeigen, dass wir da sind. Und besonders achten muss man jetzt auf die Halfterhaltung. Das soll fest sein. Der Kopf soll leicht erhöht sein. Den Halfter sollte man in der Hand halten und dann geht's los. Im Ring soll sich das Tier von seiner besten Seite zeigen. Spätestens dann, wenn das Käuferinteresse geweckt wurde und ein guter Preis erzielt werden konnte, hat sich die Mühe gelohnt. 2.740 Euroauton, drittendidinhund, 2.2040, 40 zum 1. und 2.2040 Euroauton. Das war's. Das war's.